Jaja, brauch erstmal wieder ne Weste und nen Rucksack, alles weg. Geil. Ich hab auch alles verloren wegen irgendwelchen Wichsern, die mich getötet haben, während ich die Pistol Quest gemacht hab für die Karo. Ja, jetzt haben sie mich eben hier aus dem Superman, kam rausgesprungen, der Spasti, der blonde Herrscher, Pisser und noch so ein anderer Hobo. Jo, ich kann das mit Pistole, andere Bots einfach töten, oder? Ja, auf Longshot, das hab ich auch gemacht mit der GS. Ah, der MFP 890. Nee, wir machen grad die Wendung, weil Steelers habt ihr jetzt schon gemacht. Ich hab vier bis fünf Stunden da auf Shipman und DMC gelandet, weil Pistol kann und DMC kann, den Rest hab ich auch auf Shipman gemacht. Hast du die Dreckspistole endlich? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil ich so dumm dafür bin. Weil ich die Pistol. Egal. Wer hat die schon? Keine Ahnung, weiß ich selbst nicht. Hm. Hähnチö! Hähnch, ich weiß. Fiff. udo Wolle ich sein, wo man die befand? Wer Karte gibt's in dem einen Raum kann man die einfach aufheben. Was ist die Mecknum? Wer kommt hin? Wer kommt hin? Wenn die Fjhf X Imperium in den Zusammenhang. Die Imperium? Die Imperium, welche? Wie ist das? Hm? Welche? Die scheiß Gold nicht wie ist das? Hm? Welche? Lass kurz mal ein paar Leute pushen gehen Leute pushen gehen Die Hälfte sind bei der Tanke sind gleich welche Hinter uns Okay, das ist richtig Aber wo diese Event-Kammer sieht so geil aus Das ist so eine Art Rotes Platin Ich guck mal wie ich lege, alter Ich lege auf Ich lege aber nicht so alt, aber Konsole lege ich immer Ich bin nicht immer starker Bei meinem Vater lege ich sehr selten Mal gucken, da sind ja schon welche Ich muss hier noch keine bewegen Also Kann nur sein, dass da keine gesponsert sind Das weiß ich nicht Aber eigentlich muss da gerade welche Hallo Push on the Nega Denn wir sind ja auch nur, dass in die andere Richtung Gang direkt Richtung Festung Weil die meisten in Richtung Festung, weil die keinen Bock haben Weil der hier Platz hier wird auch nicht pushen Ah ne, da kommt einer Der ist kein richtiger, oder? Da hinten, deutscher, deutscher, what's up, man? Scheiße garal, Pintos ist ein Kicksack Leck mein Eier, die kleine Huren, so nahe, du wirst eh sterben Tot Ich hab große Backpack und zwei Applappen Ich ballon zu dir ran und zu kümmern Aber auch Einer ist noch bei Boot Ja Entweder sagt, ja Entweder sagt, ja Entweder sagt, Kauder kämpft uns ab Der ist auf Kack Der hat zwei Applappen Ich hab nur seine Festungskarte genommen, der brauche ich nur Wollen wir aufnehmen, weil die haben wir eh gewiped Ja, ok, komm Weil die Mixer musst du den nicht einladen, weißt du? Aber guck mal Ich kann dich aufnehmen Ich hab' nicht Ich hab' nicht Warum Waffen schon für 35 Sekunden? Wahrscheinlich weil er erste Team wonach wurde Der ist schon einer schon beigeträgt? Nein Das ist wieder geliebt und tot seine Mächt Äh, ich glaube nicht Ich hab' auch nichts Ich hab' nichts Ich hab' nichts Ich hab' nicht Ich hab' nicht da kenne ich nix. Protoksenlacher ist so geil, Alter. Der eine ist ja, weil der AFK war rausgekickt worden und der andere ist geliebt, weil wir gepusht haben, der Piss ist. Hier unten war noch irgendwo ein Spawn. Die rennen schon da irgendwo rum. Weil ich weiß, alle Spawns auswendig. Weil das von unten können wir schon. Aber ich weiß nicht, ob der Spawn noch aktiv ist. Oder ob der mir leider verschoben wurde. Hab ich auch. Wir gehen hier kurz in die Festung rein. Digga, ich mach die Tür auf und ich werde erstmal von Reit und noch einen Typen begriffen. Sehr nette Begrüßung. Ars Versuch. Man ist halt einfach genügt. Ah, nee. Tschüss. Schild, 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 Schild. Schild, 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 Schild. Boah, jetzt. Haben. Bitte seh mich noch einen. Ich hab ne Konter drinnen und da was rein, dass wir keine Spieler erstmal kommen. Weil Spieler kommen nie in Konter-Drohne anders. Hier ist ein Mist-Brotsektor, ne? Jetzt hab ich drei Selbstwiederbelegung. Oh, der ist noch ein Mist-Team. Und wirds gerade gestorben. Ah, boah, ich hab vergessen, wann ihm einen Garten müssen. Waaah. Vor mir. Ich weiß, Alter, das ist ein Hede genanntes. Alter, die haben vier ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, Gott, wie stark, Alter. Ich fähre die Papier-Geräusche. Ach, grüß sie! Ach, grüß sie! Was wird zu mir, Alter? Zu dir, zu mir. Deine Mutter ist cool, Alter. Oh, ist mir gerade so schreckt, Alter. Kann ich mir vorstellen. Digga, jetzt hab ich vier Selbstwiederbelebungen. Krank. Oh, hier gibt's ja noch ne Festung. Ich hab ne... Lackenkiste reingeschallert. Auch irgendwas Helfer ist? Nö, hab genug. Ich hab vier Stück, Digga. Ey, ich könnte überhaupt, wenn man's Helfer ist, die ganze Zeit zu üben, naja. Da ist ein Schmutz, ein Schmutz. Ich geh nach meine Festung ran. Da oben ist ja noch. Ich geh nach. Ja. Ich geh nach. Ich geh nach. er hat er auch müssen rechte zwei Echte aber auch auch fast gut aber hier sind immer was los und von allen Seiten gehabt gewohnt nur zwei Schützen ist nicht durchschnitten und von außen von spiel dem sie ein dann ich finde es geil ist in die backpacke da Ich bin da gerade reingeraten, hab da 5 Schiefer zu lassen gesehen. Oh, nicht du 5, Alter. Okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Leck meine Eier, Fisch. Leck einfach meine großen verdammten Eier. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Zuvermeidert. Weckwollen sind, das so viel Müll. Steffern drauf. Danke. Ich bin tot, ich bin tot, wir leben tot. returns sein umangebeten. Hä? Das kann man nicht aufnehmen. jetzt ich bin bereit und freilich da die Maschinen gesündigt das klicken ich habe ich habe ihn und weil er an den Nennen er hat was soll hier ist es hat er noch hier und da er hat immer noch fünf Stück und gibt auch zu machen sicher sicher und scheiße dritte war noch mal in der Stadt das hat es nicht weil wir hatten es sehr für dich ich habe auch ein weiterer Lager ein ausgerüstet werden müssen sicher sicher von bei uns auf der Welt gehalten wird da finde ich auch offenbar Waffen sie sind überall fest so alt ist so über Power Tier ich weiß wenn sie sagen mit einer Festungskarte und nach Dortmund dahin gehst gehst du dann voll gut raus ich habe bei jeder Runde Schwestern zu noch ein Self-Rest ja schon wieder aus dem Fall 4 Stück schade dass du die nicht alle mitnehmen kannst aber da geht aber ich hab ich hab 5 Stück dabei warte mal warte Hanno ich will doch hier einfach nur raus ich komm nicht mal raus ah frazeln du hast da nichts frazeln können ich denke das wäre der beste Spieler aus der ganzen Welt wer ist das beste Spiel auf der ganzen Welt dann scheiß Bots ja die Bots sind die bisher aber teilweise so lang ich wurde schon mal aus der Luft von dem DMC-Bot geholt kommt Sektor-Cash ich weiß er kriegt immer so 3er Platten große Backpack und sowas die Karte wo haben wir so viel Geld Alter warum sind Self-Rest und dem sie auf einmal so langsam geradeher sind ein paar viel Lane Pizzes nein danke da vorne echter Gegner vielleicht nicht mehr da vorne das ich bin ich bin es bleibt der da ja da kommt ein Boot ins Spiel da ja klar mit einer Scheißern 16er Wenn ich den geholt bin ich einfach besser. Das sind Bots aber ich hab mal einen geholt. Die dafür Resin gehen, aber ich weiß dass sich viele Bots sind. Und gehen in der Spiele noch nicht. Ich hab leider mein großes Schöpfchen nicht dabei. Hallo du fotzenkind. Oh, oh, er luft. Bist du noch dort? Ja, einer. Oder zwei, keine Ahnung wie viele da sind. Wer hat dich looten, will sag Bescheid. Er hat mich schon gelootet. Hat er schon? Ja, hat er schon. Ich will eigentlich immer direkt nach den Kills. Was? Nice. Hinter mir, oder? Der nächste Spot. Nice. Er geht schon schrocken. Wie kommt der Bot hier hoch? Ich verarsch mal was. Er geht schon schrocken, wie hext er, Alter. Nice. Hext er. Komm schon, komm schon, komm schon. an mussten und 3 2 1 2 ich bin ein paar Jahre heute noch ein Blatt vor uns ist ein wo denn vor uns er hat in der Form zeigt über alles vor und soll immer anders sind aber hier und da ungefähr Täter oben ich glaube ich gehe zu tun ich stehe 2 zwei Uhr er wird die Kursen er wird nur wissen gut ist das Guck mal, ah ne, ich hab nur noch zwei Stück dabei, das hat gar irgendwas drin. Ich glaub die sind weitergezwungen, das sehen keiner mehr. Warum scheint es einfach nur beten, dass ich was Gutes finde? Oder einfach nur beten, dass da oben kein Papier, der Schadebruder ist. Ich mache ein Spiel zu schauen, Sam takes mir viel besser. Du willst jetzt, ey, du willst jetzt sagen, wann die Leute bei dir sind. Kann man eigentlich die Fahrer töten? Aber ich hab so einen Traktor-Sniper, wenn ich zum Bots geht. Das Gebäude kann man, glaub ich, nur von hier oben aus drauf kommen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist wegen der FK. Oh, die haben mich leckt. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde hätten wir dann das Rät morgen fertig. Ja, mindestens. Also wir wissen halt mit der Reihe, also es rückt ein Glitch, womit du keine Verdeckung bekommst. Wenn du diesen Sack einfach hast, weil du musst dann WLAN ausmachen, dass du disconnectest, damit die Reconnect-Feature wieder reinkommt. Und dann ist die weg. Zweite Zeit gibt es ein Glitch, womit du in die Bank gehen kannst. Oder wir rushen einfach wieder durch, wie das letzte Mal. Einfach durchrennen, ja. Einer durch den Knopf, der andere geht durch Tor, dann haben wir Checkpoint. Und danach die Laser bis auf die eine Stelle. Da vorne ist ein Spieler. Der geht gerade rüber. Aber auf jeden Fall, ansonsten ist es eigentlich relativ easy. Und damit auch ein relativ guter Punkt gefunden. Ja, easy. drinnen. Da kannst du ja nichts mehr. Adolin, ich bin. Naja, geht. Kommt drauf an, mit dir den Glitch hat, wie wir es dann noch machen. Kommt drauf an, mit dir den Glitch haben, wie wir es dann noch machen. Wie wir auf mich machen. Wann? Ach, wir. Die überqueren. Was? Das, die überqueren. Jetzt sind ja auch nicht. Wollen die Wacken oder noch ein Sportproblem? Wir warten auf den letzten, würde ich sagen. Lass das mal die hier punzen. Von dem letzten können wir halt fighten, aber riskieren wir auch, dass wir alles passieren. Spieler, ja. Ja. Ich hab kein Self mehr ausgerüstet. Sieh das, sieh das, sieh das. Auf da. Steht da oben. Hä? Ich wär doch genau drauf gewesen. Wir können natürlich zum Back-Maskin, der so einen Mini-Plot hat. Hä? Wir haben Cheater, aber wir kriegen auch kein Damage. Jetzt. Silas, 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 bitte. Hä? Und was bist du gestorben? Keine Ahnung. Kannst du schon gehen? Jetzt. Ja. Der zu 99% Safe ist deswegen, weil der fightet gerade mit dem Heli. Das heißt, er ist abgelenkt. Snake hast du drohlen. Und Snake wird gerade vom Heli gebumst. Ich weiß nicht, ich werd nicht gefickt verreden. Ich weiß nicht, ich hab nicht mal angesprochen. Da oben war noch ein Spieler. Der hat mich gefickt, ja. Ich hab ja gesagt, lass uns einfach. Nee, wir müssen uns nicht weiter machen. Na klar. Na klar. Ja, prima. Es ist doch alles weg. Ich hab nämlich noch, da kommt jetzt gerade zu mir und jetzt nicht, ja, höh. Die Drecksau. Hinter dir kommt einer was auf. Ich hab mit der Platten. Nein. Oh, Mann. Ja, GG. Also, wir können GG. Warum? So, ich muss eh raus. Also, danke. Ja, dann, sorry. Tschau. Danke für alles, dass ich wieder alles verloren habe, ihr Schweine. Bitte sehr. Viel Spaß auf der Arbeit. Mhm. ціer.